Morgen Schatz. Hello. Guten Morgen. Wir haben vier Uhr in der Nacht und wir fahren jetzt los nach Paris. Ja, ich habe gedacht, ich nehme euch mal wieder mit zum vloggen. Und wir haben gerade unsere Taschen gepackt und die Eier hat gute Laune schon. Und ja, wir fahren jetzt erst mal sieben Stunden. Ich bin gespannt, wie das wird. Wir sind todmüde, aber wir machen das schon. Wir sind bei unserem ersten Stop angekommen, kurz vor Belgien. Wir haben gerade noch einmal getankt und Tarek hat sich einen Kaffee gemacht und mir auch. Wir sind jetzt schon drei Stunden gefahren. Tarek ist durchgefahren und ich habe gepennt. Also vier Stunden noch. Na Schatz? Wir sind in Belgien angekommen. Wir machen gerade unseren zweiten Stop. Irgendwie eine Stunde später, weil wir nicht auf Klo waren. Kurz einmal Beine vertreten und ja, wir fahren jetzt immer noch drei Stunden oder so. Hallo. Wir sind angekommen in Paris. Wir fahren jetzt noch. Wir sind auf der anderen Seite der Stadt, wo unser Hotel ist eigentlich. Deswegen fahren wir jetzt noch eine halbe Stunde. Und wir sind hyped. Ne Schatz? Ja, natürlich. Hallo, Freunde. Ja, hallo. Wir wollten das mal kurz erzählen. Wir sind jetzt in Paris angekommen. Das mit der ganzen Reservation hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Tarek hat schon wieder Panik des Jahres gekriegt. Das ist vertiefenentspannt. Ich habe mich gar nicht aufgeregt. Ja, und irgendwie haben die unsere Nummer nicht gefunden. Dann haben die die Nummer auf einem anderen Namen gefunden. Und dann haben die irgendwie doch nicht die gefunden. Dann mussten wir jetzt gerade unsere diese Feind Hotel-Hotelseite kontaktieren. Die aber auch keine Telefonnummer haben, sondern nur E-Mail. Aber gefühlt war die Rückmeldung schneller als per Telefon. Ja, also das ging echt mega fix. Also innerhalb von fünf Minuten haben wir die Antwort. Das war richtig gut. Und jetzt hat sich das irgendwie geklärt. Wir gucken gleich mal, was wir um drei Uhr für ein Hotelzimmer kriegen. Wir waren jetzt auf jeden mal locker eine Stunde oder so. Wir haben so Hunger, weil es ist jetzt zwei oder so. Jetzt haben wir eine Stunde zum Essen und dann gehen wir da um drei hin und hoffentlich kriegen wir dann einen geilen Raum wenigstens. Wenn wir das dann erstmal hinter uns haben, dann können wir uns heute auch mal fertig machen. Und ja, dann wollten wir nämlich heute eigentlich noch was machen, aber wir wissen noch nicht genau was. Wir müssen gleich noch mal forschen. Schnell weg hier. Hier kommt Manager. Wir müssen noch gucken, was wir heute machen. Also wir werden berichten später, wenn wir mal auf dem Room sind. So, Friends, wir sind jetzt in unserem Hotelzimmer endlich angekommen. Wir haben es geschafft hier rein. Ich mache euch mal eine kleine Roomtour jetzt. Hier geht es rein. Dann ist hier ein Spiegel. Auf dieser Seite haben wir dann das Badezimmer. Mega groß. Also richtig geil. Richtig viel Platz. Mega mit Badewanne und so. Richtig schön. Dann geht es erstmal in unsere kleine Küche hier. Hier haben wir zwei Hocken am Tisch und so eine ganze Küchenzeile. Da ist alles drin. Wir haben sogar hier unten eine Spülmaschine drin. Dann haben wir hier noch Kühlschrank und so. Ja, Herdplatte, falls wir irgendwas kochen wollen. Mikrowelle, alles da, was das Herz begehrt. Und dann geht es in den eigentlichen Raum. Ne Tati? Ja. Hier haben wir unser Bett. Hier haben wir noch unseren mega riesigen Schrank, der jetzt schon auf ist. Ja, ist auf jeden Fall richtig schön. Wir haben noch Wasser hier stehen auf beiden Seiten. So eine kleine Ablagefläche hat man ja immer. Und kleinen Fernseher. Und unsere Aussicht ist so, naja. Aber wir haben schönes Wetter. Deswegen machen wir uns jetzt schnell fertig. Und gehen in die City. Hallo Leute. Wir sind angekommen. Wir sind gerade am Eiffelturm ausgestiegen. Und ihr seht jetzt die erste Reaction von uns. Le Eiffel. Oh, mit Töreffel. Töreffel, natürlich. Hä, wo ist er? Da! Wir gucken jetzt mal, was beim Töreffel so abgeht. Ne, Le Eiffel. Töreffel. Ja, es sieht auf jeden Fall krank aus. Ich zeig euch gleich nochmal was. Wir spazieren jetzt gerade mal hier ein bisschen lang. Haben schon ein paar Fotos gemacht. Und es sieht einfach mega geil aus hier. Hier sind noch Fontänen die ganze Zeit an. Die werden auch manchmal größer und stärker. Und ja, wir suchen jetzt mal ein kleines Café hier. Weil wir mega Durst haben. Weil wir schon den ganzen Tag irgendwie nichts mehr getrunken haben. Und ja, genießen den Tag noch etwas. True story. Hallo Leute. Ähm, wir sind wieder auf dem Weg. Und ja, wir haben gestern nicht mehr gevloggt, weil noch sehr viel passiert ist. Ähm, ich sag nur so. Wir sind jetzt verlobt. Und ja, deswegen haben wir den Abend gestern einfach zu zweit ein bisschen genossen. Und ja, wir waren noch vor dem Eiffelturm und so. Es war sehr, sehr schön. Und ähm, ja, wir können es gar nicht richtig glauben. Also ich kann es gar nicht richtig glauben. Und jetzt sind wir auf dem Weg schon wieder zum Frühstücken. Äh, ich blande euch jetzt auf jeden Fall mal ein paar Eindrücke von gestern noch ein. Weil ich habe natürlich ein paar Fotos gemacht, weil das muss man ja festhalten. Ein paar nur. Wir gehen jetzt auf jeden Fall aus Frühstücken. Ähm, wir fahren jetzt aber erstmal eine halbe Stunde hin. Und dann gucken wir mal, was wir noch so heute erleben. Als Verlobter. Hello. Wir sind gerade beim, äh, wo sind wir? Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Genau. Und äh, das ist die Kirche. Die geht da noch richtig weiter. Die ist richtig schön. Und hier hat man einfach einen kompletten Überblick über ganz Paris. Mega schön. Zeigt ihr euch ja auch gleich mal. Äh, hier ist so ein Sängerübelstöhn, der da ein bisschen Gitarre spielt und so. Mega geil. Und ja, wir haben uns gerade noch eine Cola und Wasserruhe umgekauft. Bei so einem, ähm, bei so einem, ähm, bei der Kiosk. Und jetzt sitzen wir hier und die ist erstmal noch ein bisschen hier. Das kann echt mega sehen. Richtig süß. Richtig süß. Ja, auch immer genießen wir jetzt hier erstmal noch die Aussicht und die Musik und äh, unsere Getränke. Entschuldigung, ich wohne witzig auf jeden Fall wieder der Ring, ne? Mhm. Ist krass. Despacito 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 Jetzt sind wir gerade auf dem Weg Schneidich rein Und hier Da wollten wir vielleicht auch Tickets holen aber es gibt leider keine mehr am Wochenende Also, wenn man da hin will, muss man schon auf jeden Fall früh buchen. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Weg. Hier ist irgendwie, glaube ich, so die Innenstadt-mäßig. Hier sind auf jeden Fall Übziele, so wie die Reeperbahn sieht das hier aus. Und so Shops halt. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg zum Louvre und gucken uns mal die Mona Lisa an. Wir sind sehr gespannt. Hello. Hello. Wir sind gerade in der Galerie Lafayette eingekommen und hier ist es eigentlich megaschön. Wir sind jetzt gerade hier beim Louvre. Das ist dahin. Kann ich mir mal einblenden. Allerdings kommen wir nicht rein, weil es ist ausgebucht und man muss online Tickets kaufen. Und ja, deswegen kommen wir da heute nicht rein. Jetzt stehen wir hier vor und sind extra dahin gelaufen und ja, das wussten wir natürlich vorher auch nicht. Aber ja, wir gucken jetzt gleich mal, ob wir für morgen Tickets kriegen und dann rufen wir für morgen dann Tickets. Wir gucken jetzt mal, weil wir sind hier direkt an der Cent, also an dem Fluss hier. Und wir gucken mal, ob wir hier jetzt so einen Stadtrundfahrt mäßig irgendwas machen können mit einem Bus oder so. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden, was wir heute machen können. So, wir sind jetzt auf dem Boot angekommen. Wir haben uns für ein Boot entschieden und fahren jetzt einfach die komplette Sendung vom Louvre quasi bis zum Eiffelturm. Und da kann man jetzt überall aussteigen, also so ein Hop-on-Hop-off-Bus, äh, Boot. Und ist mega nice, hat nur 17 Euro aus und, äh, fangen jetzt bis zum Eiffelturm und steigen da aus und dann essen wir da eben was. Hallöchen, mal von der anderen Seite. Ich hab mir immer gedacht, ich schnapp mir mal die Kamera und, äh, hab diesen schönen Eiffelturm am Hintergrund. Haben wir gerade Shots? Ich bin einfach nicht fürs Loggen geblorn, sag ich dir. Ja, erzähl mal was. Jetzt noch mal von mir. Ähm, wir waren gerade essen. War ultra teuer. Also, es war einfach nur in der Nähe des Eiffelturms. Also noch nicht mal mit Blick auf den Eiffelturm. Und wir haben einfach 92 Euro bezahlt für nen Burger und ne Pizza. Dein scheiß Apo-Spritz ist nicht 20 Euro gekostet. Ja, 27 Euro, Alter. Krass. Und Tabek hat Bier getrunken, also ein großes Bier, kam so ein Liter Bier. Maß. 20 Euro. Alles klar. Danke für nichts. Wir sind in der Sackgasse. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade schon auf dem Weg nach Hause. Aber wir sind so kaputt. Weil, äh, wir einfach schon irgendwie 15 Kilometer gelaufen sind oder so. Heute den ganzen Tag über und wir sind einfach nur tot. Und wir laufen jetzt auch noch wieder 50 Minuten nach Hause. Können auch nen Bus nehmen, aber wir sind einfach zu geizig, 1,90 Euro jetzt auszugehen. Nach dem Essen. Und, äh, ja. Deswegen laufen wir jetzt nach Hause und dann melden wir uns morgen wieder. so, was denn noch? Hello. Hello. Wir sitzen schon, ähm, im Boot, und, äh, wir waren gerade beim Eiffelturm, der ist da. Und, äh, wir sind jetzt auf der Suche nach was zu essen, weil wir richtig Hunger haben. Es ist 11 Uhr oder so? 12 Uhr schon. 12 Uhr schon. Und haben immer noch nichts gegessen. Und wir fahren jetzt einfach mal, weil unser Bootpass ist noch wültig, noch bis 5 Uhr heute. Deswegen fahren wir jetzt noch ein bisschen mit dem Boot rum, weil wir können hier ein bisschen noch hop on, hop off fahren wir jetzt. Fangen wir jetzt ein, zwei Haltstellen und gucken da, ob wir was zu essen kriegen. Wo wir noch nicht waren auf jeden Fall. Und dann fahren wir gleich zurück zum Eiffelturm und machen da Fotos. Da freut Tariq sich schon ganz besonders drauf. Das ist ein scheiß Gerät hier. Wir haben ein Stativ mit. Direkt schlechte Laune. Wir haben uns gerade das zu essen gekauft hier. Baguette und Essen bei diesem Wecker, weil das war auf jeden Fall übelst günstig da und sieht sehr, sehr nice aus. Gestern haben wir nämlich 50 Euro bezahlt für Frühstück und heute haben wir nur 13. Mega gut. Deswegen, also wenn man noch hier ist, kann man das auf jeden Fall machen. Und da sind wir, wie hieß es nochmal, wo wir ausgestiegen sind? Irgendwie so ein Museum. Musee... 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 O'Neill. Oso. Musee... 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 Oder irgendwie sowas. Schraub ich euch mal hier hin. Da sind wir auf jeden Fall ausgestiegen und sind dann einfach in die Straße rechts reingegangen. Also mega. Kann ich nur empfehlen hier. Wir setzen uns jetzt an die Cent und genießen unser Frühstück endlich mal um halb eins. Wir sind gerade dabei, schöne Fotos zu machen. Tariq hat richtig Spaß. Er liebt das hier, ihm ist gar nicht peinlich. Ähm, wir suchen... Wir haben gerade schon Fotos gemacht, aber jetzt wollen wir eigentlich an einen anderen Spot. Aber wir finden jetzt leider keinen, wo relativ wenig Menschen sind und wo trotzdem eine gute Sicht auf den Eiffelturm ist. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück zu unserem anderen Spot und machen da noch ein paar Pictures, weil wir noch nicht das Perfekte haben. Ich habe noch ein paar Fotoideen, die muss ich auch umsetzen heute. Und danach haben wir noch einen schönen Tag, Schatz, ne? Ja, ich freue mich richtig toll. Toll ist das. Hello, Leute. Wir sind jetzt fertig mit Bildermachen. Und Tariq ist froh, dass er das jetzt geschafft hat. Und, äh... Ja, wirklich. Sehr froh, oder? Jetzt, äh, wir haben aber auch mega geile Bilder gemacht. Äh, ich kann euch mal ein paar einblenden jetzt hier. Hier irgendwo. Auf jeden Fall sind die mega geworden. Und ich bin sehr glücklich, dass wir die gemacht haben. Weil das sind wirklich Erinnerungen fürs Leben. Sag ich dir. Wunderschön. Jetzt können wir ja Beatrice schon gehen, oder? Ja, jetzt gehen wir was trinken, weil Tariq muss ich jetzt entspannen. Ja, ganz gut. Wir haben gerade den Arc de Triomphe angeguckt und, ähm, wir haben gerade was trinken noch. Und, ja, wir sind einfach nur Uppe. Äh, ja, suchen wir jetzt noch ein Souvenir, weil wir nehmen aus jeder Stadt ein Schnapsglas mit, wo wir zusammen waren. Und, äh, deswegen, ja, gehen wir mal auf die Suche nach dem Schnapsglas und wir melden uns später, wenn wir ein bisschen mehr wissen, was wir machen oder nicht machen. Oder, was noch so geht, ne? Ja, ja. Boah, ist so. Ich höre. Gut, bis dann. Ja, wir sind immer noch an der Champs-Elysée. Da hinten ist der Arc de Triomphe, ne? Ja, wir laufen gerade zu unserer Metrostation, weil wir uns einfach nur noch einen Döner holen und, äh, uns irgendwo auf eine Wiese setzen wollen. War dann doch zu teuer, alles. Wir sind auch einfach nur fertig, es ist gerade mal 7 Uhr, aber wir sind einfach nur in die Nähe unseres Hotels, nicht, dass wir heute Nacht wieder laufen müssen. Oder heute Abend. Weil wir laufen ja immer eine Stunde. Und, ähm, ja, deswegen suchen wir jetzt eine Metrostation und suchen auf dem Weg dahin irgendwie einen Dönerladen oder so, wo wir irgendwas zu essen noch herkriegen. So, Leute, wir sind jetzt, äh, auf dem Rückweg. Okay, wir, äh, fahren jetzt noch, sie, äh, ne, 5 Stunden nur noch. Und, ja, wir haben gestern nicht mehr viel gemacht. Wir waren, äh, nur noch kurz ein Döner essen und sind dann kennengegangen. Und heute Morgen haben wir uns auch noch kurz was zu essen geholt und sind direkt losgefahren. Weil wir fahren ja insgesamt 7 Stunden. Ähm, ja, auf jeden Fall wollten wir uns jetzt gerade mal kurz verabschieden. Äh, wir hatten eins der tollsten, schönsten, besten Wochenenden in unserem Leben. Wir haben es sehr genossen und, äh, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis dann, tschaui. Schaltet ein, wenn es wieder heißt, Dönis Welt und Tum. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Du hast wirklich Ja gesagt? Nein! Jetzt zeig mal deine Fußpässe. Jetzt muss ich den direkt mal zeigen. Hello, hello! Ich wollte euch noch mal kurz sagen, dass ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen habt. Der Vlog war noch nicht ganz zu Ende, weil meine ganze Family und unsere Freunde waren noch da, als wir wiedergekommen sind und haben uns überrascht. Und ich dachte, das schneide ich auch noch mal mit rein, weil das richtig süß war, wie die alles vorbereitet haben und so. Die haben noch alles geschmückt. Hier sind Ballons und über mir ist so eine Girlande noch und so. Richtig süß auf jeden Fall. Und ja, wir haben uns sehr gefreut. Es war perfektes Wochenende, perfekter Abschluss von dem Wochenende. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich nehme euch mit, wenn wir jetzt anfangen, die Hochzeit mal zu planen, weil ich habe nämlich auch gar keine Ahnung, womit man anfängt und was man als erstes und wann überhaupt mal anfangen soll. Ich würde sagen, ich nehme euch mit, wenn wir mehr wissen und wenn es bei uns richtig losgeht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Ciao! Wir sind in der Sackkasse. Was sollen wir tun? Schreibt es in die Kommentare. Unten rechts liken. Ich komme in diesem Vlog, glaube ich, rüber wie der größte Vollidiot, oder? Ich bin dafür nicht gemacht. Ich bin davon ausfallen, aber es könnte auch nicht funktionieren. Ich finde, es ist jetzt einfach alles sehr gut, dass ich mir mit dir was. 참 Seidens, die ab und ich meine an. Eure der Lieblut. So, das ist alles gerade so, dass ich noch ein bisschen verhalten werde. Und wenn man einfach wirklich fern kann, wir nehmen, dass ich mich bei mir okay. Ich bin so, dass wir heute ein bisschen, ich will, dann bin ich nie mehr.